Der Mietendeckel. Eigentlich soll dieses Instrument des Rot-Rot-Grünen Senats ja mal etwas Beruhigung in den Berliner Wohnungsmarkt bringen. Fünf Jahre keine steigenden Mieten. Stattdessen gerade nur Unruhe. Heute wieder. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hat seine Mitglieder befragt. Und die Mehrheit befürchtet, mit dem Mietendeckel gäbe es in den kommenden Jahren kaum noch Neubau und auch kaum Modernisierungen. Vom Mietendeckel hat keiner was. Weder die Wohnungsunternehmen noch die Mieter. Das ist grob zusammengefasst die Botschaft der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen. Die 350 Mitglieder wurden erstmals befragt, welche Auswirkungen sie vom Mietendeckel erwarten. Und die meisten sind alarmiert. 91 Prozent der befragten Unternehmen befürchten, dass sie gar kein oder deutlich weniger Geld für die energetische Modernisierung von Wohnungen hätten. Und beim Neubau fürchten 61 Prozent der BBU-Mitglieder, dass sie deutlich weniger oder gar nichts mehr bauen könnten. Wir haben durchaus eben auch ermittelt, dass einzelne Unternehmen bereits nach drei bis fünf Jahren schon in eine Schieflage geraten könnten. Und dann einfach erst mal nicht mehr die Möglichkeiten hatten, zu investieren. Der BBU hat nachgerechnet. In seinem Beispiel geht er von einer mittelgroßen Genossenschaft aus. Dieser Genossenschaft würde innerhalb von fünf Jahren Mietendeckel ein Verlust von vier Millionen Euro entstehen. Und das müssten nach diesen fünf Jahren die Mieter draufzahlen. In dem Szenario wären das 7,5 Prozent Mieterhöhung im ersten Jahr nach dem Mietendeckel, im zweiten Jahr nochmals fünf Prozent. Und auch in den Folgejahren gäbe es noch Steigerungen. Die Miete würde dann entsprechend deutlich höher angehoben werden. Wenn gleich ich aber immer sagen muss, unsere Wohnungsunternehmen sind sehr sozial unterwegs und agieren sehr sozial, dass sie sowas nicht gerne machen würden. Und wenn die aber eben fünf Jahre gar nichts mehr anheben dürfen, muss das Geld natürlich an der Stelle, um eben auch die Bestände ordentlich zu bewirtschaften, irgendwo wieder herkommen. Deshalb muss der Senat nachbessern, fordert der BBU. Zum Beispiel durch Ausnahmen vom Mietendeckel. Mindestens für Genossenschaften.